Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zu meinem kleinen, ich sage mal, Spezial-Info-Video. Und zwar geht es um folgendes. Ähm, es... Ich möchte mich erstmal vorab entschuldigen. Und zwar tut es mir ehrlich gesagt leid, dass das Let's Play Together mit King Heere und mir im Moment auf sich warten lässt. Das tut mir wirklich ausgesprochen leid. Es wird trotzdem noch kommen, also macht euch da bitte keine Sorgen. Es wird kommen. Es kann nur sein, dass es sich ein kleines bisschen verzögert. Ähm, das liegt aber nicht an mir, sondern das, äh, lügt an King Heere in dem Sinne, denn er hat ein klitzekleines Problem. Ähm, von daher ist es halt so, dass, äh, es ein kleines bisschen verzögert. Zögert wird, also... Es wird definitiv kommen, keine Sorge. Es wird sich nur ein bisschen halt verschieben. So, das schon mal als Info vorweg. Ähm, allerdings möchte ich eine andere Sache mal rausbringen. Und zwar gibt es nämlich eine kleine Besonderheit. Und, ähm, die Besonderheit ist nämlich, dass King Heere und ich, ich hab nämlich mal mit ihm, äh, persönlich darüber gesprochen. Und hab zu ihm, hab ihn mal gefragt, wie es aussehen würde, wenn ich praktisch World of Warcraft live streame. Das heißt also im Klartext, dass King Heere und, äh, seine Kumpels, sag ich jetzt mal, also sprich die, die auch mitwirkt, werden. Die Namen werde ich natürlich jetzt nicht verraten. Aber die, die dabei sein werden, äh, werden halt auf seinem Kanal kommen. Äh, ich hingegen werde das Projekt, äh, als Livestream bringen. Das heißt im Klartext, auf Twitch wird es dann zukünftig, zumindest, erstmals vorläufig auch, weil ich will ja auch wissen, ob das auch gut ankommt, dann, äh, wird es nämlich sein, dass ich das in, äh, in Twitch livestream werde. Das heißt, ihr könnt euch schon mal darauf definitiv euch freuen. Ähm, ich werde natürlich dann auch meinen, äh, Kanal, äh, also meinen Twitch-Kanal dazu packen. Wenn ich das irgendwie hinkriegen sollte. Ähm, und werde dann meinen Kanal auch in der Beschreibung verlinken. Das schon mal als erstes. Wenn wir schon mal beim Teil sind, kommen wir auch gleich noch zum zweiten Teil. Und zwar folgendes. Ich habe nämlich, äh, vor, ja, wenigen Tagen, sag ich jetzt mal, äh, äh, habe ich nämlich mir übrigens auch Steam geholt. Ähm, das heißt also folgendes. Falls ihr mal mit mir in dem Sinne reden wollt, oder, weiß, dass ich gerne mit mir spielen wollt, oder was auch immer, könnt ihr das gerne tun. Ähm, denn in Steam bin ich jetzt auch definitiv ansprechbar. Ähm, und ich werde mal gucken, ob ich das hinkriege, äh, Steam mit YouTube verlinken, dann ich das hinkriege. Ähm, das heißt also, ihr könnt dort auch mit mir reden, mit mir spielen, wie ihr wollt, was ihr wollt, wann ihr wollt. Ähm, ja, ansonsten war es das eigentlich von mir so mehr oder weniger. Das waren eigentlich so die Hauptspecials, die ich an den Tag bringen wollte, ähm, die für euch natürlich sehr interessant sein dürften. Ähm, habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Nö, das war es eigentlich so im Prinzip, das war es, glaube ich, so mehr oder weniger. Ich hoffe, dass euch das Infovideo gefallen hat. Wenn ja, dann könnt ihr mir gerne dafür einen Daumen hoch geben. Und natürlich, auch wenn ihr wollt, abonnieren, nicht vergessen. Und, äh, wie gesagt, in Kurzfassung, World of Warcraft wird es bei mir als Livestream geben. Ähm, da, dort denn dann nämlich King Era und noch andere Leute dabei sein. Und, ähm, ja. In Steam, wie gesagt, könnt ihr mich gerne anschreiben, wenn ihr wollt. Und, äh, das war's so im Prinzip. Wie gesagt, ich werde es verlinken alles und in die Videobeschreibung packen. Und ich kann daraufhin nur noch Folgendes sagen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und natürlich, wenn ihr wollt, abonnieren, nicht vergessen. Und ich kann daraufhin nur noch Folgendes sagen. Bis dahin, ciao, ciao. Euer The Life Force.